so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die shaker von explode tatsächlich mal ein artikel dieses silvester der nicht von mir ist der wurde freundlicherweise zur verfügung gestellt von von hallo weg damit ja die shaker batterie hat der lennart gekauft bei pyroland weiß noch wie viel 5 euro 499 vom design her schon mal ultra geil es ist einfach nur schön wieder eine kleine low budget batterie die aber ordentlich was kann meine ich zu wissen mit cracking wieder war das oder blinker oder sowas also ihr werdet auf jeden fall gleich sehen so sieht hier von innen aus explode typisch da drin wieder so ein bisschen gips damit die schwerer wird die neem interessiert mich noch die beträgt auf dem teil hier 105 gramm und jetzt geht es raus zur zündung der shaker also shaker von explode viel spaß damit jetzt die shaker von lennart so jetzt shaker würde ich sagen los geht zwar anzünden oh wow das ging auch schnell ist aber übel schön gut ausgesucht lennart ja Bis zum nächsten Mal.